Wir begrüßen natürlich unser High-Team-Sinners, heute auf der Schirm, Annalena Kroppmann. Und jetzt hier für die Bieser den Eintrag, Frau Lita Zöll. Ich habe nie was vergessen, war es bei mir. Auf dem Punkt von 5, wir sind die Nacki-Lohr. Wir begrüßen den Eintrag, Frau Lita Zöll, das ist die Nacki-Lohr. Und noch da ein, Annalena Kroppmann. Jetzt kommen wir zum Gegner von Bieser. Frau Bühr-Bülse auf der 5, Penny Reitz. Und jetzt kommen wir zum Gegner von Bieser. Und jetzt kommen wir zum Gegner von Bieser. Und jetzt kommen wir zum Gegner von Bieser. Auf der 3, Jessi Kapps. Auf Position 2, für Böhr-Bülse, Kaila Hoffmann. Und zum guten Rett auf der 1, Peter Hellmann. Und jetzt kommen wir zum Gegner. Jetzt kommen wir zum Gegner. Bieser spüße nieder. Bieser spüße nieder. Bieser spüße nieder. Bieser spüße nieder. Für sein Leben ohne Sorgen, 24 Stunden, 7 Tage, nichts gefunden, was du heute kannst besorgen, lasch ich dir ganz entspannt auf morgen. Ich habe meine Gebraucht, um zu verstehen, dass die Zeit reif ist, um jetzt zu gehen. Ich wünsch dir noch ein richtig geiles Leben. So, bevor wir jetzt die Schützen vorstellen, habe ich noch drei Begrüßungen. Ich begrüße von Rat und Verwaltung, Bürgermeister Stefan Spennings und Stefanin, der Bürgermeister Manfred Meurer. Ich begrüße Josef Johann Schmitz. Für die PSS in Althoff heute auf der 1, Manon Schmitz. Manon ist 26 Jahre alt und Sportlerin und Studentin. In ihrer Freizeit kocht sie gerne und genießt die Natur. Ihre Bestleistung in der Liga waren 399 Ringe. Aufruf Saison 2 schießt Saskia Lüsse. Saskia ist 25 Jahre alt und Diplom-Finanzwürdig. Das Hobby ist natürlich der Schießsport. Das schönste Erlebnis war der Aufstieg in die 1. Bundesliga und ihre Bestleistung liegt bei 398 Ringe. Auf der 3 schießt heute Madita Sö. Madita ist 23 Jahre alt, Bildungsreferentin und Studentin. Ihre Hobbys sind auch noch der Schützenverein zusätzlich zum Schießsport. Ihr Bestleistung in der Liga liegt bei 395 Ringe. Auf Position 4 schießt Annalena Kropfmann. Annalena ist 19 Jahre alt und Studentin. Ihre Bestleistung in der Liga liegt bei 397 Ringe. Ihr Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Auf Position 5 schießt Kristina Glor. Kristina ist 24 Jahre alt und Tischlerin von Beruf. In ihrer Freizeit zockt sie gern und liebt. Ihre Bestleistung in der Liga liegt bei 399 Ringe. Und ihr großes Ziel ist die 400. Kommen wir zum Gast von Burbülse. Auf der 1 schießt Peter Hellemann. Peter ist 36 Jahre alt und Immobilienmakler. Seine Hobbys sind das Kochen und Ausflüge mit Frau und Tochter. Seine Bestleistung in der Liga sind natürlich 400 Ringe. Auf der 2 schießt Leila Hofmann. Leila ist 24 Jahre alt und Studentin. In ihrer Freizeit liest sie gerne und geht tauchen. Ihre Bestleistung liegt bei 398 Ringen. Auf 3,4 Burbülse schießt Jessie Kapps. Sie ist 24 Jahre alt und Sportlerin. Ihre Hobbes sind zusätzlich zum Skisport. Tennis, Yoga, Fitness und Lesen. Ihre Bestleistung in der Bundesliga liegt bei 399 Ringen. Auf der 4 schießt Lisa Tüchter. Lisa ist 29 Jahre alt und Lehrerin. In ihrer Freizeit trifft sie gerne Freunde und macht Fitness. Ihre Bestleistung liegt bei 398 Ringen. Und zu guter Letzt haben wir für Burbülse auf der 5. Henni Rai. Henni ist 26 Jahre alt und Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. In ihrer Freizeit trifft sie gerne Freunde und geht spazieren. Ihre Bestleistung liegt bei 398 Ringen. In ihrer Freizeit trifft sie gerne Freunde. In ihrer Freizeit trifft sie gerne Freunde. In ihrer Freizeit trifft sie gerne toutes und das immerhin nur neu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018